Wir fühlen uns gut nach der Verkäufer, aber wir fühlen uns nicht gut nach der letzten Nacht. Es war ehrlich gesagt, im letzten Monat oder sogar bevor die Spielzeit startete, war es einfach wie ein Rollercoaster-Ride. Die Übungen und Unterlagen. Wir haben uns zusammengehalten während der Spielzeit. Alles hat am Ende funktioniert und wir können sagen, dass wir es alles gewonnen haben. Das Tor von Mitch Seals in der Verlängerung, da ist alles, was in der ganzen Saison war. Der ganze Stress war weg und wir sind einfach nur aufs Eis und es war einfach nur ein unbeschreibliches Gefühl. Es war einfach das Beste der ganzen Playoffs, die ganze Saison. Es war ein unglaubliches Erlebnis, nach den Playoffs dann im Finale zu stehen. Und ja, das Finale war dann einfach genial. Ich meine, wir hatten auch das Glück dann auf unserer Seite eben. Aber wir hatten einfach einen Lauf und fanden auch insgesamt mal in die bessere Mannschaft und haben dann verdient die Meisterschaft geholt. Ich denke, dass alle sehr glücklich sind. Es ist ein paar Jahre, seit sie haben gewonnen, seit sie in der Oberliga gewonnen haben. Ich glaube, dass alle sehr glücklich sind und sehr glücklich sind mit der Saison. Es war großartig. Ich meine, dass wir in Rosenheim spielen, mit 6.000 Leuten, oder wie viele es war, ist eine große Atmosphäre. Und alle Leute kamen auf den Weg zu Paiting. Ich meine, es ist einfach viel Spaß zu spielen, wenn der Rink ist komplett verdient. Und die Leute sind verrückt und gewinnen, das ist die beste Sache. Ich denke halt einfach, weil wir eine gute Mannschaft sind, zusammengehalten haben. Und da, wo es zählt, haben wir einfach 100 Prozent Gas gegeben. Jede Sekunde. Und deswegen waren wir besser als die anderen Mannschaften. Wir haben immer daran geglaubt. Für mich war es eigentlich kein Gedanke, dass wir das Spiel irgendwann verlieren können. Selbst wenn es 4-4 gefallen ist, waren wir immer sicher. Danke.